Musik Und heute, meine Damen und Herren, heute also nach Indien. Zum großen, zum bedeutenden, zu dem jedenfalls populärsten im Sanskrit bewahrten Nationalepos der indischen Kultur, dem Ramayana. Der großen Erzählung vom Prinzen Rama und seinem abenteuerlichen Weg zum Glück. Eine Erzählung, die grob vermutet zwischen dem 4. Jahrhundert vor und dem 2. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung entstand. Und in großen Teilen dem legendären, historisch allerdings nur bruchstückhaft identifizierbaren Autor Valmiki zuzuschreiben ist. Populär ist diese Geschichte auch weit über Indiens Grenzen hinaus. Man kennt sie über ganz Südostasien. In den Tempeln von Angkor Wat ist sie in Stein gehoben. Naturgemäß gibt es nicht das indische Nationalepos, meine Damen und Herren. Es gibt deren viele. Davon zwei, denen eine ganz besondere Rolle zukommt. Das ist neben dem Ramayana das nicht weniger berühmte Mahabharata. Die Geschichte der Bharata, eines bedeutenden indischen Herrschergeschlechtes. Beide Werke sind nicht unbedingt leicht nachzuerzählen. Jedenfalls nicht in der hier gebotenen Kürze. Wir haben uns für das Ramayana entschieden, weil ihr Erzähler da mit weniger Namen auskommt. Ich gerate, meine Damen und Herren, schon bei den Figuren im Ring des Nibelungen, oft in Schwierigkeiten. Aber ich hoffe, Ihnen den Text des Ramayana so empfehlen zu können, dass Sie danach ganz von selbst auch zu anderen indischen Eben greifen. Die Texte, glauben Sie es mir, die Texte verdienen es. Unsere Sendereihe heißt ja Klassiker der Weltliteratur. Und wenn Sie es freundlicherweise darauf anlegen, dann können Sie Text für Text, Drama für Drama beobachten, wie sich in praktisch allen großen Zivilisationen der Erde, in Europa, in Afrika oder in Asien, ähnliche, zumindest vergleichbare, später in Schrift festgehaltene Formen finden, in denen die Mythen einer Kultur bearbeitet werden. So entwickelte sich in der sehr reichen indischen Tradition, genauso wie in Griechenland, das Theater Schritt für Schritt aus der rituellen Beschwörung, aus Tanz und Gesang, aus dem Rhythmus, der später auch zu einem Wort Rhythmus werden sollte. Die Entwicklung in der Geschichte der indischen Eben verlief ähnlich den uns von anderswo oder auch von uns selbst bekannten Mustern. Vielleicht ist der Sternenhimmel dieser Eben reicher an Erscheinung, mal schon die schlichte Zahl der Gottheiten, die in den Versen auftauchen, alle hierzulande vorstellbaren Dimensionen sprengt. Der Götter, ihre Erscheinungsformen, ihre Kräfte, ihrer Magie. Doch wie in unserer Kultur bewahren auch die indischen Eben neben mystischen auch ganz private Erlebnisse. Erinnern Sie an die Ängste und die Hoffnungen der Menschen in einem kollektiven Gedächtnis, einem gewaltigen neuronalen Netzwerk. Weltliteratur, um das ganz grob zu sagen, verdient auch deshalb das Prädikat Welt, weil das, was unsere Seelen bewegt, im Grunde so unterschiedlich, so fremd und auch so unergründlich nicht ist. Was will ich Ihnen, verehrte Zuseher, damit konkret und auf unser heutiges Thema, unseren heutigen Stoff, die Dichtung Ramayana bezogen sagen? Nun, einmal, dass die Geschichte eines vorbildlichen Prinzen, die Geschichte des Prinzen Rama, uns alle anrührt. Der Titel des Epos Ramayana heißt wörtlich übersetzt in Sachen Rama oder das Schicksal von Rama. Es geht um einen Prinzen, um Rama, der von seinem Vater, dem König, zu Unrecht schlecht behandelt, in die Einsamkeit des Dschungels verbannt wird, der sich dort aber behauptet, ungezählte Abenteuer besteht, unterstützt von seiner treuen Gefährtin Sita. Es geht um die Geschichte eines mutigen Prinzen, der schließlich über das Böse triumphiert. Und die Konflikte, die Rama durchstehen muss, sind so universal nachvollziehbar, dass diese Sage, dieses Epos in seiner Grundstruktur nicht nur in Indien, sondern überall auf dieser Erde spielen, also auch erzählt werden könnte. Denn diese Grundkonstellationen, der Konflikt zwischen Vater und Sohn, Prüfungen, die fernab der Heimat zu bestehen sind, Verlockungen durch das Böse, sind ja auch uns nicht unbekannt. Die Handlung könnte in ihrem Kerngehalt überall spielen, habe ich gerade behauptet. Doch um das Herz, um die Aufmerksamkeit der Zuhörer zu gewinnen, muss sie sich zunächst einmal dort bewähren, wo das lokale Publikum sitzt, hockt oder kauert, auf den Marktplätzen, vor dem Tempel, vielleicht auch im Palast. Die Logik der Geschichte bildet die Logik der Zuhörer ab. Aber nicht nur ihr Denken, sondern auch ihr gesamtes Sinnleben. Und das ist ja das Spannende an der Verfolgung universaler Motive in fremden Kulturen. Wir lernen aus dem Bekannten. Darüber hinaus scheint mir wichtig, dass auch die Form des Erzählens, dieses Grundmuster, in diesem Fall des Erzählens in strengen Doppelfersen, im Epos Ramayana beträgt, ihre Zahl 24.000, dass diese Struktur ihre Entsprechungen überall auf der Welt, gut sagen wir, auf der Erde hat. Wir merken uns Geschichten besser, wenn wir sie in Versen behalten. Das Gehirn des Menschen, des Vortragenden, wie das des Zuhörers, das Gehirn des Minnesängers, des Märchenerzählers, des mongolischen Ebenverkünders, kurz des universalen Heldensängers, liebt den Vers, ist auf ihn angewiesen. Dichtkunst braucht Regeln der Sprache und die Regeln des Sich-Märkens gehorchen offenbar auch universalen, die einzelnen Kulturen überschreitenden Gesetzen. Warum ich das hier so ausführlich erwähne? Nun, weil sich in Europa über Jahrzehnte die Theorie hielt, dass Epos Ramayana sei überhaupt gar keine indische Erfindung, sondern aus dem griechischen Kulturkreis immer weiter nach Osten gewandert. Schlicht gesagt, man wollte der indischen Tradition diesen Triumph nicht gönnen. Und das ist schlichtweg Unsinn. Soweit zum Vermahlen und einigen Hintergründen. Und damit schnell zurück zur Geschichte des Prinzen Rama, denn die hat in ihrer orientalischen Farbenpracht durchaus den soliden Anspruch, zumindest skizzenhaft vorgestellt zu werden. Ramas Vater, ein mächtiger König, hat drei Frauen. Doch von ihnen konnte er keine Kinder bekommen. Der Thron droht zu verweisen. Da entschließt sich der König, den Göttern ein opulentes Opfer zu bringen. Ein edles Pferd wird geschlachtet, was die himmlischen Empfänger auch umstimmt. Nur, Götter sind ebenso. Wenn sie schenken, dann schenken sie im Überfluss. Bald hat der König gleich vier Söhne, darunter auch ein Zwillingspaar. Ein alter Vater, vier Söhne und drei Mutter. Das kann, das muss aber nicht gut gehen. Rama ist der Älteste der Söhne und auch der Begabteste, ganz besonders in jenen Praktiken, die ein künftiger König aufweisen sollte. Als er unterwegs auf der Jagd nach Dämonen an den Hof des Königs Yanaka kommt, trifft er dort dessen wunderschöne Tochter, die den vielleicht etwas überdeutlich poetischen Namen Sita trägt, was auf Deutsch Ackerfurche bedeutet. Sita darf nur einen Mann heiraten, der sich zuvor einer ganz besonderen Prüfung unterzogen hat. Der Bewerber muss einen mächtigen Bogen spannen, eine Waffe, die der Gott Shiva, der Gott des Erhaltens und des Zerstörens, dem Geschlecht der Yanakas, der mal einst schenkte. Viele hoffnungsvolle Kandidaten haben sich bemüht, alle sind bislang kläglich gescheitert. Doch unser junger Held Rama greift zum Bogen und spannt ihn, bis das Holz zersplittert. So gewinnt er Sita und könnte jetzt auch König werden. Doch das verhindert eine seiner Stiefmütter, die ihren eigenen Sohn auf dem Thron sehen will. Die hinterhältige Mutter erreicht, dass Rama, seine Frau Sita und einer seiner Halbbrüder die nächsten 14 Jahre weit ab vom Hof in der Fremde verbringen müssen. Diese Fremde wird uns als eine Wildnis vorgestellt, die weitgehend von Unholden und Dämonen beiderlei geschlechtsbewohnt oder terrorisiert wird. Eine dieser Dämoninnen verliebt sich in Rama, wird aber nicht erhört. Rama bleibt seiner Sita treu. So ruft die Zurückgewiesene ihren Bruder, einen noch stärkeren Dämonen, zur Hilfe, erzählt ihm dabei von der Schönheit Sitas, worauf der Bruder Sita entführt. Und zwar in seinen Harem, auf einer weit abgelegenen Insel. Um seine Frau zu retten, erbittet Rama die Hilfe des mächtigen Affenkönigs Sugriva, der eine ganze Armee von Affen aufgestellt hat, die unter dem Kommando des legendären Affengenerals Hanuman steht. Hanuman gelingt es, das Versteck auf der Insel ausfindig zu machen. Neben der böse Dämon, die schöne Sita gefangen hält, die Affen bauen mit der Hilfe des Wassergottes einen der raffiniertesten Übergänge in der Weltgeschichte der Brückenkonstruktion. Und so kommt es schließlich zu einem aufregenden Zweikampf zwischen Rama und dem mächtigen Dämonen, der seine Frau entführt hat. Der Böse wird getötet und Sita aus dem Harem befreit. Ein Happy End? Nein, noch lange nicht. Auch die Inder lieben ihre Dramen, genauso wie heute ihre Filme, ausführlich und voller Knoten. Also weiter. Der Ehemann Rama fragt sich, besorgt ob seine Ehefrau Sita die Tage im Harem des Bösen, sie so heftig begehrenden Dämons auch, sagen wir, die ihr unbeschadet überstanden hat. Sita beharrt auf ihre Unschuld, ihre Reinheit und bietet dem Gatten eine Feuerprobe an. Eine Feuerprobe. Sie wird sich auf einen Scheiterhaufen stellen. Und wenn sie diese Prüfung überlebt, ist das der Beweis für ihre körperliche und moralische Unversehrtheit. Der Ehemann lässt sich auf die Demonstration ein. Naturgemäß wird der Gattin kein Haar angesenkt. Was allerdings die Gerüchte nicht verstummen lässt, die am Hofe des jetzt zum König ausgerufenen Rama kursieren. Die Geschichte geht weiter. Und glauben Sie mir, meine Damen und Herren, es lohnt sich, sie zu Ende zu verfolgen. Auch in der sehr, sehr guten deutschen Fassung. Eine spektakuläre Rettung durch den Affenkönig und seine Affenarmee. Ich habe meine verehrten Zuseher eingangs vielleicht ein wenig schulmeisterlich auf die Gleichartigkeit von Erzählanlässen und Erzählformen hingewiesen. Und auch darauf, wie das Fremde durch sie für uns begreifbarer wird. Nehmen wir als Beispiel aus dem Ramayana nur einmal die Rolle der Affen als Befreier, als Retter unserer in Not geratenen Helden, insbesondere der Heldin. Sie erinnern sich, meine Damen und Herren, welche Kämpfe vor mehr als 100 Jahren Charles Darwin auszufechten hatte, als er in seiner Lehre auf die gemeinsamen Vorfahren von Menschen und Affen hinwies. Das erzeugte in unseren Kulturen, unseren Kirchen ein dunkles, dumpfes Grollen, das sie heute noch auf einigen Schauplätzen in den Vereinigten Staaten vernehmen können. Diese leeren Darwins sind in jenem Teil Asiens, den wir gerade besucht haben, hingegen nie auf ähnlichen Widerstand gestoßen, weil es dort ein anderes Verständnis von Schöpfung, weil es dort ein anderes Wort von Kreation gibt und diese Wesen nie hierarchisch eingeordnet würden, sondern immer als Möglichkeit der Existenz begriffen. Plump gesagt, lieber habe ich einen gescheiten Affen unter meinen Vorfahren als einen skrupellosen Straßenräuber oder einen betrügerischen Geschäftsmann. Auch darüber kann man nachdenken, wenn man die vielen, vielen Szenen im Buch Ramayana vor dem geistigen Auge ablaufen lässt. Oder man denkt daran, mit wie viel Liebe und Hingabe sich andere Erzähler an die weitere Ausgestaltung des Stoffes machten. Literaturhistorisch festgehalten sind weit über tausend Fassungen, Raubkopien der Fantasie, wenn Sie so wollen. Der Schöpfer des Stoffes dürfte stolz darauf sein, aus welchem Himmel er die Fortsetzungen seiner Geschichte auch gerade betrachten mag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017